So, naja, wenn wir Stahlpressrahmen-Blockmotor. Ey, das ist so ein geiler Beat. Stahlpressrahmen-Blockmotor. 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 Gut. Hallo Hululu. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Edelweiß Customs. Wir stellen euch mal wieder ein richtig geiles Motorrad vor. Eine DKW SB200 von 1938. Und es ist nicht nur irgendeine DKW, sondern wir haben einen traumhaften Originalzustand und wir haben eine traumhafte Historie. Bevor wir darauf aber zurückkommen, erst mal, wie sind wir dazu gekommen? Und zwar, das Fahrzeug kommt aus Berlin. Zumindest haben wir das in Berlin geholt. Und die letzten 30, 40 Jahre stand es jetzt auch in Berlin in einer Garage unter ganz vielen Decken eingehüllt. In der Nähe von Köpenick, also von meiner alten Hood. Da, wo ich studiert habe und da, wo ich auch viele Jahre gewohnt habe. Ich glaube, das waren drei oder vier Kilometer davon entfernt. In so einer unscheinbaren DDR-Garage. Und da stande das Ganze hinten drin unter Decken. Leider hatte ich keine Kamera dabei, um das Ganze festzuhalten. Deshalb müssen wir das jetzt im Nachgang aufrollen. Wir blenden euch am Ende auch die Besitzer ein, die uns das verkauft haben, wie sie noch ihren Onkel winken und auch dem Motorrad. Das war auch noch ganz süß. War auch ein sehr netter Kontakt und ich bedanke mich auch nochmal für das Vertrauen, dass wir das Fahrzeug und auch ein Stück Familiengeschichte erwerben konnten. Zu dieser DKW. DKW, die kommen aus Chobau. Wir haben DKW schon öfters vorgestellt. Wir sind auch auf die Firmengeschichte eingegangen. DKW war mehrmals einer der größten Motorradhersteller der Welt. Und dieses Fahrzeug ist im Endeffekt hier schon fast ein Auslaufmodell gewesen. Diese Modellpalette SB200 wurde 33 begonnen und bis 38 produziert. Dabei gab es zwei Radstände. Also wir haben einen kurzen Rahmen und einen langen Rahmen. Der kurze Rahmen, das ist wirklich ganz leicht erkennbar. Da geht der Tank nur bis hier hin. Und ist dementsprechend eben auch, ich glaube knapp 10 cm, ich müsste jetzt aber lügen, also ihr müsst wirklich nachschauen, ist kürzer. Das ganze Fahrzeug ist etwas gestauchter. Diese Modelle sind tendenziell beliebter. Und diese SB-Modelle, SB steht für Stahlpressrahmen-Blockmotor, die war so gesehen diese normale Palette. Also es gab die SB200, es gab die SB250 Sport, SB300 gab es auch kurzzeitig, 350, 500. Und die 500er, zwei Zylinder luftgekühlt, das war das Spitzmodell, abgelöst von der NZ-Reihe. Neukonstruktion, zentral, ich weiß es nicht mehr, egal. Also was NZ bedeutet, das kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, und die 200 Kubik-Modelle, die waren vor allem beliebt, weil sie steuerfrei waren und auch anfangs führerscheinfrei. Und somit konnte man diese Modelle in der Vorkriegszeit natürlich sehr gut vermarkten, sehr gut verkaufen. Das war ein Motorrad für jedermann. Also ich sage mal, das was heute der Vierer Golf ist, wo halt jeder, der nicht gerade so flüssig ist, sich einen gebrauchten Vierer Golf kauft. Oder halt so ein Einstiegsauto. Das war hiermit geschehen. Also das hat schon viel Geld gekostet zu der damaligen Zeit, aber damit war man mobil. Und da ist man eben kein Auto gefahren, sondern man ist Motorrad gefahren und dementsprechend hat man sowas auch gehegt und gepflegt. Das Fahrzeug hat jetzt eben bis vor einem Monat die Familie nie verlassen, ist im Familienbesitz immer geblieben. Also es war damals der Onkel, der das neu gekauft hat. Und der hat es dann, glaube ich, auf seinen Sohn umgeschrieben. Der ist es kurz gefahren. Das sehen wir nachher auch im Brief und dann ist es aber stehen geblieben. Und wir haben 11.380 Kilometer auf dem Tacho und die sind voll und ganz glaubwürdig. Also egal, was man jetzt hier anschaut, dieser Zustand ist glaubhaft. Es ist eigentlich unverbastelt, das Ding. Es steht super, super schön original und richtig geil da. Wir werden das Ganze auch mit zwei Videos abarbeiten. Wir machen jetzt eine Bestandsaufnahme. Ich zeige euch, erkläre euch die Historie, zeige euch das Fahrzeug, wie es jetzt aussieht. Und dann zeige ich es euch, wenn es fertig ist. Denn das wird auf jeden Fall eine krasse Verwandlung. Das Teil wird wieder richtig tiefglanzschwarz dastehen. Und es ist einfach nur so schön, es ist es wert. Also ich bin immer noch ganz hin und weg. Was sehen wir jetzt eigentlich? Nichts weiter Spannendes. Wir haben die originalen Vorkriegsreifen drauf. Die müssen auch drauf bleiben. Beide sind 3.0er. Also beides 3.0er Reifen. Und auch vom Profil her. Also daran sehe ich auch, wir haben Dunlop Ballonreifen vorne und hinten. Die haben beide dieselbe Profilstärke. Daran sehe ich schon, okay, das ist ein passender Reifensatz. Das unterstreicht natürlich den Kilometerstand. Der normale Zustand vom Fahrzeug ist natürlich auch super schön gepflegt. Das hier ist Aluminium beschichtet. Das macht heute keiner mehr. Also viele sind verchromt, restaurierte Fahrzeuge. Aber das ist wirklich noch original Aluminium beschichtet und so gut erhalten. Ebenso wie dieses Abziehbild. Da ist nichts dran. Also das ist so traumhaft schön. Originaler Vergaser, der Motor. Wir sehen auch hier die Fußrastengummis. Die sind von der Abnutzung her, das passt. Also man muss ja überlegen, es sind nur 11.000 Kilometer, aber trotzdem wurde es über mehrere Jahre, Jahrzehnte genutzt. Dieser Spulenkasten, der sitzt normalerweise hier. Also auch hier die Kabel, die sind nummeriert. Warum der abgebaut wurde, das können wir euch nicht sagen. Und dann geht hier das Zündkabel raus und hier an die Zündkerze ran. Auch das in einem super schönen Zustand. Das ist gleichzeitig Zündschloss, Laderegler und Zündspule. Auch gerne kaputt. Der Sozi-Sitz, der war mit dazu. Der war hier hinten drauf montiert. Der war schon lose. Ist Vorkrieg, also Vorkriegszubehör für meinen Geschmack etwas zu groß. Also ich würde nicht drauf bauen. Vor allem, weil sich das kleine Ding auch zu zweit nicht wirklich gut fahren lässt. Damals war das was ganz anderes. Da hat es ausgereicht. Der hat eine richtig schöne Kompression. 7 PS. Und wir haben hier, das war zu der Zeit wurde das noch mit beworben, die Umkehrspülung. Schnürrle, Umkehrspülung. Darauf basiert jeder Zweitakter. Und das war 32, hat das DKW eingeführt, war das ein immenser Fortschritt, denn die Leistungsausbeute. Früher wurde das mit Nasenkolben gemacht, aber es geht schon wieder viel zu tief. Ach, Mensch. Nee, aber früher wurde das mit Nasenkolben gemacht und dann kam ein Flachkolben. Und dadurch war der Zweitakter viel, viel stärker und hatte eine viel bessere Leistungskurve, was den Motor selber attraktiver machte und natürlich auch die Beliebtheit unter den Nutzern. Und somit war das der Startschuss des Zweitakters. Der erfolgreiche Startschuss. Da ging es nur noch nach oben. Tja, was haben wir noch? Originales Typenschild, auch das sehr interessant. Ich kann es mir nicht erklären, wenn das einer von euch weiß, der kann es gerne mit dazu schreiben. Also ich denke, das war damals eine Behördenregelung. Wir haben hier das originale Typenschild. Wir haben 7 PS, Fahrgestellnummer, Motornummer, natürlich auch alles nummerengleich. Und hier unten dieser Zusatz. Gesamtmasse 305 Kilo und Baujahr 1938. Das stande normalerweise, ihr seht es ja auf dem Typenschild nicht mehr drauf, aber es kann sein, dass irgendeine Behörde das so wollte und dementsprechend das ergänzt werden musste. Und das ist selber geschlagen, es sieht sauber aus. Also es muss schon jemand gemacht haben, der davon Ahnung hatte. Originales Vorkriegskennzeichen ist dran. Und das ist natürlich für mich super, super geil. Passt auch mit dem Brief überein. Da seht ihr auch, dass das Ganze aus Sachsen kommt. Auch hier nochmal die Abziehbilder, der Staub und so, das ist alles noch drauf. Ich mache das hier mal leicht weg. Richtig geil. Hier dahinter ist nochmal dieses DKW-Zeichen. Und die vier Ringe war, das habe ich auch schon ganz oft in den Videos erzählt, aber ich muss es immer wieder machen. Denn hier steht es auch schon, 1936 haben vier Firmen sich zusammengeschlossen, unter anderem DKW und haben AutoUnion gegründet. Und das war der Startschuss von Audi. Ja, also Audi, das was heute noch jeder kennt, jeder fährt oder fast jeder fährt, hat hiermit begonnen. Also zu Vorkriegszeiten. Tja, ansonsten werden textilumwandelte Bautenzüge, Kabel, das haut alles von vorn bis hinten hin. Die hier, die gab es auch noch mit dazu. Auch ein super schöner Zustand. Bisschen zu klein für meinen Schädel. Aber muss natürlich auch beim Fahrzeug bleiben. Und dann ist hier eine sowas von spektakuläre, also für mich spektakuläre Zeitreise. Wir haben hier noch das komplette Zubehör. Und hier geht es schon los. Allianz Stuttgarter Versicherungsvertreter. Das ist der alte Besitzer von seiner Versicherung. Und in diesem Umschlag, da ist dann natürlich auch der Brief. Beziehungsweise müssten es beide Briefe sein. Genau. Also, ich kriege hier schon wieder Gänsehaut. Das ist der alte Fahrzeugbrief. Und das Fahrzeug wurde zugelassen am 17. Februar 1938. Wobei, das kann auch sein, dass da der Brief ausgestellt wurde und die Zulassung später erfolgte. 26. Februar 1938 in Landkreis Zeitz. Auch hier noch alles mit Reisadler. Das war zu der Zeit normal. Auch sehr interessant, wenn wir gerade mal bei dem Thema sind, Reisadler. Wir haben, das ist ein ganz normal, ihr könnt es auch googeln, ihr wisst, wie das aussieht. 38, ist klar, das war das Deutsche Reich. Und wir sind hier 8. November 1945. Das heißt, das war wirklich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ihr seht, dass das immer noch derselbe Stempel war. Aber hier wurden die Hakenkreuze entfernt. Und somit hat der Stempel weitergelebt. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft gesehen. Finde ich zeitmäßig sehr interessant. Genau, und hier ging es wieder auf den Erstbesitzer zurück. Otto Heinze, Aufseher. Und hier war Kurt Lippold. Ich glaube, das war irgendwas in der Familie. Sie hatten es mir erklärt, ich habe es leider nicht mehr auf dem Schirm. Und der Ort, ich glaube, irgendwas war noch mit dem Ort. Den gibt es nämlich gar nicht mehr. Der wurde nämlich platt gemacht wegen... Ich kann es nicht lesen. Das ist Landkreis Zeitz, aber der Wohnort. Also den Wohnort, den gibt es nicht mehr, weil der wurde geflutet, glaube ich. Oder wegen einer Kohlegrube, also wegen Kohleabbau, wurde der verlagert. Ich glaube, wegen Kohleabbau wurde der Ort verlagert. Auch egal, viel wichtiger, originaler Kaufbeleg. Boom. Und das ist doch krank. 26.02.38, neu gekauft. Und wir haben DKW Motorrad SB 200. 666 Reichsmark. Der Fahrzeugbrief hat 2,80 Mark gekostet. Exportumlage, Gummiaufschlag, Zulassung. Sozusitz. Also den Sozusitz damals schon mit neu gekauft. 697,91 und auch hier mit Fahrgestellnummer, ich kriege da Gänsehaut, das ist doch krank. Das ist Wahnsinn. Stellen Sie sich meine Haare auf. Achtung, Fahrzeugbrief. Jedes neu zugelassene Kraftfahrzeug muss mit einem Kraftfahrzeugbrief ausgestattet sein. Auch dieser Warnhinweis, dass das noch mit dabei ist. Herrlich. Also das ist schon der Wahnsinn. Aber das ist ja erst der Anfang. Geht ja noch weiter. Wir haben hier das originale Handbuch. DKW war natürlich schlau. Hat es für mehrere Modelle gemacht. Und ihr seht auch hier, es gab noch eine KS200, SB200, SB200A. Also das sind verschiedene Ausstattungsvarianten gewesen. A war dann mit Dynastort. Also da hatte ich einen, ich hatte tatsächlich damals schon Anlasser. Also in den 30er Jahren war DKW, hat es soweit gedacht, auch aus dem Automobilbau hatten die das, dass die eine Dynastortanlage hatten. Und die SB war an sich in der 200er Klasse sehr gut ausgestattet. Im Vergleich zu den anderen Modellen, die DKW anbot. Wir hatten hier schon eine verbesserte Lichtmaschine, einen Tacho an Bord und auch das Fahrzeug war etwas wertiger. Also halt eben durch diese Amplikation war es wertiger als die normale kleinere DKW, also die KS zum Beispiel. Was ich sehr, sehr schön finde, ist dieser Aufbau von dem Heft, dass ich dann hier eben diese Untergliederung habe. Vergaser 72. Und dann geht es hier 72 los. Das ist natürlich der Vergaser, der auch hier drin verbaut ist. So, dann auch hier noch Handbuch für den Kraftradfahrer. Das wurde uns auch mit übergeben. Also eben, das ist so ein ganz normal allgemeines Heft mit Hinweisen, wie was wo, hier eben auch, wie man einen Seitenwagen einstellt. Das ist auch immer ganz interessant, aber halt wirklich nichts Spannendes. Und von dem, jetzt muss ich kurz schauen, ob das auch wirklich so passt. Ja, von dem Händler, der die Rechnung geschrieben hat. Also von dem, das ist schon immer zu dem Fahrzeug. Das war mehr oder weniger, würde ich jetzt einfach behaupten, das Verkaufsprospekt, wodurch sich der Kunde dazu entschieden hat. Denn das ist wirklich das Prospekt zu dem Fahrzeug von demselben Händler, der das verkauft hat. Hier gestempelt, eben auch aus Zeitz. Hier hinten sind nochmal die ganzen Modelle. Das ist an sich sehr interessant, da man hier die ganzen technischen Informationen auch hat. Und hier vorne, allein diese Aufmachung, schaut euch das an. Geil. Das ist übrigens eine DKW SB500 in der Luxusvariante mit Doppelscheinwerfer. Also das Ding ist schon, da warst du schon der Chef. So, und natürlich muss man jetzt erstmal auf die Kacke hauen. Das heißt, hier wird auch wieder auf die Spülung hingearbeitet. Hier seht ihr auch den Flachkolben. Und natürlich, was erfolgt, zielbewusster Planung. Ja, und so geht das weiter. Ich glaube, da kommt jetzt nochmal kurz auf die Kacke hauen. Ja, Motorsport-Erfolge natürlich. DKW-Erfolge Jahr für Jahr. Na, ist klar. Also die waren aber wirklich erfolgreich, ohne Quatsch. Und dann ist hier die komplette Modellpalette. Das hier ist zum Beispiel die kleine Schwester, die KS200. RT3 PS. Später RT100. Sport 250. Oh ne, warte mal, jetzt müssen wir aber... Genau, und hier haben wir unser Modell. So wie es auch jetzt hier steht. Genauso. Da ist nichts anderes, das ist wirklich wie auf dem Bild. Das hier ist die gute mit Dyna-Startanlage. Und ansonsten haben wir dann halt hier noch die nächsten Modelle. Sport 250. SB 350. SB 500. Und das war's. Und das war halt die Modellpalette von DKW. Genau. Hier sind nochmal Hinweise. Allgemeine Hinweise zum Fahrzeug, wie man was macht. Richtig. Also das ist wirklich ein Traum. Das muss auch natürlich beim Fahrzeug bleiben. Was wir mit der DKW machen, ob wir die behalten oder ob die dann doch aufbereitet wieder in Verkauf geht, das werde ich wahrscheinlich erst entscheiden, wenn wir sie fertig haben. Ich weiß, dass für mich ist das ein bisschen zu klein von der Kubikzahl her, aber in dieser Kombination wahnsinnig schwer zu finden. Und das ist einfach, das ist wirklich ein Traum. Also ich bin hin und weg von dem Teil. Bin schon sehr gespannt, wie sie fährt. Und bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es sehr, sehr gut fahren wird. Also so wie sie hier dasteht, das Ding wird abgehen wie eine kleine Biene. Tja, ich habe euch die Papiere gezeigt, das Fahrzeug vorgestellt. Ich denke, ihr habt verstanden, dass das hier was richtig Feines, was richtig Geiles ist. Ich bin sehr froh darüber. Das ist wirklich ein, mit denen, wir warten noch auf originale Bilder. Das wäre natürlich der Supergauer. Also wenn wir das noch hinkriegen, die originalen Bilder noch zu bekommen. Was willst du mehr? Außer das vorderen Kennzeichen. Okay, gut. Aber was willst du dann noch mehr? Nichts. Geht einfach nicht mehr. Richtig geil. Superschön. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und es war interessant für euch. Schreibt es in die Kommentare, was ihr mit dem Fahrzeug machen würdet. Ob ihr den Originalzustand genauso toll findet, wie wir es machen. Und dann ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und allerspätestens, wenn wir die DKW wieder vorstellen und damit eine Runde fahren. Also bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.